Das war Lurio. Beine. Bei uns da beginnt unsere Reise in der mittelhochdeutschen Lyrik. Insbesondere bei meinem Präferenten Walter von der Vogelweide. Und da sind bestimmt viele Leute hier, die das mittelhochdeutsche sehr lieben. Mal bitte Arm hoch. Oh! Wir als Jene natürlich auch eine Strophe auf mittelhochdeutsch. Sonst bin immer ich alleine, aber es ist ja mal schön. Und da sind wir zusammen. Und da ist es nicht so schön. Ich weiß nicht, du bist nicht so schön, ich bin nicht so schön hier. Oh, wie ich dieses Mal schaste. Ich sagte, ich bin nur noch hier, wenn ich habe, wo ich bin. Ich habe gar nichts, wir sind. Oh. Oh, das ist noch nicht so schön. Hast du die Bedeutung? MichiodleZZZN Das ist schön. Das Wort Tandaradei schreibt zum einen lautlich den Flagg eines Vogels und ist auf der anderen Seite ein antiquierter Bulgarismus für den Vollzug des Reischlafs. Das Wort Tandaradei schreibt zum einen lautlich den Flagg eines Vogels. Tandaradei schreibt zum einen lautlich den Flagg eines Vogels. Tandaradei schreibt zum einen lautlich den Flagg eines Vogels. Tandaradei schreibt zum einen lautlich den Flagg eines Vogels. Und was wir taten, was wir lieben. Wüsste es, wer, oh Gott, ich schenke mich, wer kann ja ahnen, was wir trinken, sag doch, oh, seh uns nicht. Wüsste es, wer, oh Gott, ich schenke mich, wer kann ja ahnen, was wir trinken, sag doch, oh Gott, ich schenke mich. Wüsste es, wer, oh Gott, ich schenke mich.